Alexander Mdar Februar 21, 2021 ist International Mother Language Day. Der Dien Internationale de la Lengua Materna. La Journée Internationale de la Lengua Materna. Jigü Yayetho, heikokzai Mouyuyat. Sämochleis, 24 kulturelles de Manitia, tamadamon, ist jufsiehensi. Para celebrar essa date, nós lançaremos um vídeo por semana. Das von einem der Mitglieder unseres Teams in dessen Muttersprache präsentiert wird. Porque el desarrollo web puede hacerse en cualquier idioma y para cualquier idioma. Wenn ihr diese Sprache nicht versteht, bitte bemerkst. Ich bin der Kahnoli-Halilum. Ich bin der Kahnoli-Halilum. Subscribe auf den Chrome Developers und YouTube. Um eine melding zu kriegen, zudra die erste Video auskommt.